Kürzlich fragte ich eine Frau auf der Straße, wo sie denn sein würde, wenn sie heute stirbt. Ihre spontane Antwort war, im Himmel natürlich. Sie war sich da sehr sicher. Ich fragte sie dann, warum eigentlich? Und ihre Begründung war, dass sie ja viele gute Dinge in ihrem Leben getan habe. Das ist in der Tat ein Prinzip, dem viele Menschen auf der Straße folgen. Diese Antwort hören wir sehr oft. Und das Prinzip, was dahinter steckt, hört sich erstmal sehr logisch, sehr stringent an und auch sehr einfach. Gott ist gut. Gott ist im Himmel. Der Himmel ist die Sphäre, wo das Gute ist. Und deswegen kommen auch gute Menschen in den Himmel. Und gute Menschen sind natürlich dadurch charakterisiert, dass sie gute Dinge tun. Also ist das Lebensprinzip vieler Menschen, tue recht und scheue niemanden und tue Gutes. So das Pfadfinderprinzip. Jeden Tag eine gute Tat, dann wird es schon klappen. Aber wenn wir etwas mal über dieses Prinzip, gute Menschen kommen in den Himmel, nachdenken, merken wir doch sehr schnell, dass es ein recht schwammiger Untergrund ist, auf dem wir unser Leben aufbauen. Immerhin geht es um die Ewigkeit. Es geht um darum, wo wir nach dem Tod sein werden. Und da brauchen wir Sicherheit. Und eine erste Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen ist, ist das überhaupt gerecht, dieses Prinzip? Und ich möchte das gerne an einem Beispiel klar machen. Das hat es nicht so gegeben, das wird es auch nie geben. Es ist einfach nur eine Veranschaulichung, ein Gedankenspiel, um ein Prinzip deutlich zu machen. Stell dir vor, die Person, die du am meisten liebst, wird kallblütig, schrecklich ermordet. Der Mörder wird gefasst und wird vor Gericht gestellt. Es kommt zur Verhandlung und am Ende der Verhandlung bekommt der Angeklagte noch einmal das Wort. Und er sagt, euer Ehren, ich bekenne mich schuldig, ich habe diesen Mord begangen. Die Beweise sprechen ja auch eindeutig gegen mich. Aber ich bitte Sie, doch Folgendes zu beachten. Ja, ich habe diesen Mord begangen, das spricht gegen mich. Aber auf der anderen Seite habe ich viele Dinge in meinem Leben getan, die gut sind. Und dann kommt eine Auflistung dessen, was wir so Land auf, Land ab für gut befinden. Geld spenden, gute Dinge tun, in der Wohlfahrt tätig sein und so weiter und so fort. Der Richter zieht sich zurück zur Beratung, kommt wieder raus und der Angeklagte wird freigesprochen. Begründung, die guten Taten in seinem Leben waren schwerwiegender in den Augen des Richters als der Mord. Ich möchte jetzt mal gerne sehen, was deine Reaktion in diesem Gerichtssaal wäre. Ich würde aufspringen und sagen, was für eine schreiende Ungerechtigkeit. Der Richter ist doch korrupt. Wir empfinden, dass das nicht funktionieren kann. Wir empfinden das als ungerecht, dass gute Werke, die ja mit dem Mord gar nichts zu tun haben, jetzt zu einem Freispruch führen sollten. Die Frage, die wir uns jetzt eigentlich stellen müssen ist, ist Gott gerechter als so ein menschlicher Richter? Ist er mehr gerecht oder weniger gerecht? Nun, die Bibel gibt uns eine klare Antwort. In dem Brief an die Römer sagt der Apostel Paulus, Römer 9, Vers 14, was sollen wir nun sagen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Die Antwort ist, dass es ausgeschlossen ist. Er sagt, das sei ferne. Bei Gott ist keine Ungerechtigkeit. Gott ist absolut gerecht. Und im Alten Testament lesen wir schon über den gleichen Gott im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, Kapitel 34, Vers 7. Der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt. Ja, Gott vergibt. Das stimmt. Aber er braucht auch dafür eine gerechte Grundlage. Gott kann nicht einfach mal tabula rasa machen. Aber der Punkt ist, auf den wir jetzt hier vor allen Dingen hinweisen möchten, ist, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen. In anderen Worten, er lässt nicht unbestraft den, der die Strafe verdient hat. Wenn wir zurückgehen zu unserem Gedankenspiel, und es war nur ein Gedankenspiel, vielleicht hast du jetzt keinen Mord begangen, aber wir haben uns in der einen oder anderen Weise, haben wir uns schuldig gemacht. Gott lässt uns nicht einfach davon gehen. Gott lässt einfach dieses Prinzip nicht zu, weil es eben auch nicht gerecht ist und weil wir es mit Gott, mit einem gerechten Richter zu tun haben.